So, ey Leute, ich bin wieder da und ich wollte noch ein Tipp abgeben. Ihr kennt doch alle Smartphones oder iPod oder iPhone oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Und ich kann euch nur empfehlen, Clash of Clans zu nehmen, weil Clash of Clans einfach ein cooles Spiel ist. Es handelt sich darum, dass man ein Dorf gestalten kann und halt Online-Player noch andere Dörfer angreifen kann mit Kriegern, Bogenschutzen, Mabaren und sowas alles. Jo, ihr solltet es holen. Ich finde es gut. So, zweite Info ist Sims-Freespiel oder so. Das ist ein cooles Spiel und halt mit Sims. Und da kann man seine eigene Stadt gestalten, für was alles. Dann gibt es noch MySings Monsters. Da kannst du Monster kaufen, die halt Töne machen. Zähne habe ich auch drauf, spiele ich aber nicht so oft. Dann habe ich noch, ähm, hier kann man, was gibt es noch für Spiele? Garbage Band. Wenn man jetzt ein cooler Musiker ist, kann man sich jetzt runterladen und einfach mal ausprobieren. Das waren wieder ein paar Spiele-Tipps. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Spiele-Tipps für iTunes und mehr.